Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute geht es ab in den Campingurlaub. Ich zeige euch die wunderbaren Sets, mit denen die Kinder den beliebten Urlaub nachspielen konnten. Die zwei ältesten Wohnwagen, die drei Ausgaben des legendären Camper und wir vergleichen das Wochenendhaus von 87 mit dem Blockhaus von 95. Wir starten mit dem ersten Wohnwagen von 77, mit dem Vorzelt und mit dem vielen Zubehör. Eine grosse Stärke von Playmobil. Das Zubehörset war als eigene Packung erhältlich. Der Wohnwagen kam im selben Jahr mit den ersten BKWs heraus. An diese BKWs konnte man den Wohnwagen mit einer einfachen Deichsel, mit zwei Handgriffen und ohne Stützrad anhängen. Der Wohnwagen hatte dieselben grauen Gummireifen wie die ersten BKWs. Diese steckten aber auf einer etwas breiteren Achse. Der Wohnwagen hatte drei Stützen, konnte aber nicht genau waagerecht stehen. Er hatte vorne Übergewicht. Die Einstiegstür konnte man ganz aufklappen. Auf den Seiten waren keine Fensterscheiben, auch nicht an den Dachfenstern, aber vorne und hinten gab es Fensterscheiben zum Aufklappen. Diese transparenten Teile sind mit der Zeit immer geschrumpft und ich habe eigentlich keine Fenster, die noch in den Scharnieren halten. Ich muss alle Fenster mit Klebeband ankleben. Der Wohnwagen hatte einen sehr geräumigen Innenbereich. Links hinter der Tür einen Herd mit zwei Kochplatten, gegenüberliegend eine Spüle, ein Regal für das Geschirr. Links haben wir ein grosses Doppelbett. Die Matratze kann man herausnehmen und mit einem Tisch austauschen. Ebenso kann man auf der gegenüberliegenden Seite bei der Sitzecke den Tisch entnehmen und mit einer Matratze für ein kleineres Bett ersetzen. Auf der Packung hatte der Wohnwagen ein weisses Dach und ein oranges Vorzelt. In der Sonderausgabe von 78 Artikel 31 52 gemeinsam mit dem blauen LKW hatte der Wohnwagen dann ein oranges Dach und ein grünes Vorzelt. Die grüne Plane des Vorzeltes ist an Noppen aufgesteckt. Das Vorzelt hat ein weisses Gerüst, das an drei Stellen an der Seite des Wohnwagens eingehängt ist. Das Dach hat drei Aussparungen für die Halter des Gerüstes. An zwei Seiten gibt es Noppen, an die die Plane angesteckt werden kann. Die Seitenteile der Plane ist nicht befestigt. Beim Wohnwagen ist umfangreiches Zubehör dabei. Sonnenschirmen, Campingtisch, vier Stühle und eine Liege. Ein Grill mit einem sechsteiligen Werkzeug. Das Grillwerkzeug darf man nicht mit dem Schmiedewerkzeug vermischen. Ein Eimer, eine Einkaufstasche und das Geschirr besteht aus zwei Teilen. Der rote Teil ist das Cowboy Geschirr in roter Farbe mit den fünf Tassen Karaffe und Kelle. Und dann gibt es noch das blaue Campinggeschirr mit der etwas breiteren und niedrigeren Karaffe mit vier Tellern, drei Pfannen und Töpfen und drei Küchenutensilien. Im Jahr 78 gab es auch das Ausflugsboot. Das zeige ich euch, weil es dieselbe Inneneinrichtung hat wie ein Wohnwagen. Es gehört deshalb auch zum Campingthema und ist eindeutig ein Hausboot mit Herdspüle, zwei Regalen und das Doppelbett, wo man den Tisch einsetzen kann. Das Hausboot beim Campingthema. Jetzt kommen wir zum neuen Wohnwagen von 1983. Wir haben hier das Auto mit den neuen Gummireifen auf weißer Felge. Der Wohnwagen hat eine grössere Deichsel mit einem Stützrad. Es sind zwei Radkeile an der Deichsel. Der Wohnwagen hat auf allen Seiten vier Stützen, die man ausklappen kann. Die Achse ist eine große Tandemachse, aber in diesem Fall nicht mit Gummi, sondern mit Hartplastikreifen. Die Einstiegstür befindet sich auf der rechten Seite, ohne Fenster, ganz zu öffnen. Das Badezimmerfenster und das Dachfenster ist ohne Glas, aber die drei anderen Fenster haben sehr große Panoramascheiben. Man kann den Mittelteil aufklappen und somit den Innenbereich des Wohnwagens bespielen. Vorne links gibt es zwei Kinderbetten mit Nachtkästchen, Matratzen mit Filzbezug. Auf der gegenüberliegenden Seite das große Doppelbett. Hier kann man auch die filzbezogene Matratze herausnehmen und man kann einen Tisch einstecken und erhält eine Sitzecke. Herdküchenzeile ist an der Fensterseite und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir ein Badezimmer mit Waschbecken und WC. Das erste Mal, dass den Playmobilfiguren auch menschliche Bedürfnisse zugestanden werden. Das Zubehör ist sehr begrenzt. Wir haben nur noch den Campingtisch, vier Stühle und das orange Cowboygeschirr. Es fehlt das Campinggeschirr komplett und es ist auch kein Grill enthalten. Vier Figuren, zwei Erwachsene und zwei Kinder. Jetzt kommen wir zum ersten Camper von 1979. Er ist gleich mit den Gummireifen mit weißer Felge herausgekommen. Er hat zwei Aufkleber, einen roten an der Motorhaube und die Camperaufkleber am Dach. Über eine Leiter kann man den Gepäckträger erreichen. Unter dem Gepäckträger gibt es noch einen Raum, um Koffer mitzunehmen. Das Dach kann man zweiteilig abnehmen. Unter dem ersten Teil befindet sich der Schlafbereich mit drei Matratzen. Hier können die Figuren schlafen. Man kann die Matratzen wegnehmen und so den Innenbereich bespielen. Man kann aber auch den ganzen Aufbau abnehmen. Man sieht hier vorne die Fahrerkabine, Fahrer- und Beifahrersitz, Steckmöglichkeiten für Feuerlöscher. Hinten haben wir die Sitzecke mit Tisch, Herd und Spüle und eine Ablage eventuell für den Erste-Hilfe-Koffer. Was nicht enthalten ist, ist ein Stecker für den Feuerlöscher. Das werde ich euch dann später beim blauen Camper zeigen. Hinten können wir die Stufe, die Einstiegsstufe ausklappen. Wir haben ein umfangreiches Zubehör dabei. Das gesamte Camping-Zubehör mit Sonnenschirmen, Tisch, Liegestühlen, vier Stühlen, ganzen Grill, zwei blaue Figuren und dann noch Warndreieck, Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Koffer. Beim zweiten Camper, dem blauen Globetrotter-Camper von 1987, war das ein bisschen anders. Dieser Camper hat den Globetrotter-Aufdruck. Er hat hier eine weiße Zierleiste aufgeklebt. Es sind drei Koffer dabei in unterschiedlichen Farben, aber kein ausgewiesener Erste-Hilfe-Koffer. Der Tisch ist grau und dieser Camper hat hinten einen Extra-Stecker für den Feuerlöscher, obwohl eigentlich gar kein Feuerlöscher dabei war. Das ist sehr interessant. Das Zubehör ist etwas reduziert. Es fehlt der Sonnenschirmen. Es sind neue Klappstühle, der alte Liegestuhl, Grillwerkzeug vollständig enthalten. Das Geschirr ist jetzt nicht mehr das Cowboy-Geschirr oder das Camping-Geschirr, sondern das sogenannte Krankenhaus-Geschirr. Wir haben ein Doppelservice, zwei Fleisch-Teller, zwei Suppenteller, zwei Untertassen, zwei Tassen. Wir haben viermal das Besteck, Löffel, Gabel, Messer und es fehlt hier noch eine blaue Blumenvase, die ich nicht habe. Blumen waren keine enthalten. Wir haben einen Korb, einen Picknickkorb. Das Kind hat einen gelben Sonnenhut und Sandspielzeug, zwei Figuren. Diese Mütze ist nicht rosa, sondern normal rot. Nach dem blauen Camper kam 1990 der gelbe Camper, der bis 1996 im Sortiment war. Dieser war wieder mit Camper beschriftet. Er hatte einen blauen Tisch. Es waren vier Koffer dabei. Die Camping-Möbel waren diesmal die Safari-Möbel in blauer Farbe mit einem etwas starren Sitzbezug. Wir haben wieder das Krankenhaus-Geschirr, diesmal in der originalen braunen Krankenhaus-Farbe. Es waren auch keine Blumen dabei. Wir haben zwei erwachsene Figuren. Die Frau mit schmalem Sommerhut, der Mann mit blauem Hut, mit Zeitung, das ist hier die falsche Zeitung, das ist die Flughafenzeitung und drei Mädchen mit Sandspielzeug. Nach diesem Camper werfen wir noch schnell einen Blick in unseren Campingplatz. Im Campingplatz habe ich den Eisverkäufer von 1982 aufgebaut und das Kiosk von 1984. Zum Kiosk gehört auch der Fahrradständer, der in keinem Campingplatz fehlen darf. Die Fahrräder kamen im Jahr 1979 heraus. Ich zeige sie euch, weil wir später zu den neuen Fahrrädern von 1992 kommen. Jetzt zeige ich euch das Wochenendhaus, der Bungalow von 1987. Dazu ist zu sagen, er ist im selben Jahr herausgekommen wie die Westerngebäude. Das heißt, der Bungalow hat die gleiche Bauart wie das Farmhaus oder wie der Colorado Springs Bahnhof. Er ist im Stecksystem gebaut in weißer Farbe. Er hat den Unterbau wie die Westernhäuser, zwei Stiegenaufgänge. Es sind zwar die Fensterläden, wie von der Safari-Station, aber in einem etwas helleren Grün. Wir haben die Vorbauten mit der Schaukel, wie beim Westernhaus. Es gibt auf einer Seite eine große Doppelflügel-Flügeltür, wo man in den Innenbereich kommt. Das Gebäude ist auf allen Seiten geschlossen. Hier sehen wir das Dach, zwei durchbrochene Giebelelemente und zwei volle Giebelelemente. In der Einrichtung haben wir eine große Küchenzeile mit Regal, einen Couchtisch. Es ist hier noch ein grosses Schlafsofa dabei und ein aufklappbarer Polstersessel, wo die Figuren schlafen konnten. Ebenso ein Fernsehgerät. Wir sehen, dass vorn eine Bogenlampe eingesteckt ist und es gibt eine Parkbank vor dem Haus. Wir haben auch einen Blumentrog mit gelben und roten Blumen. Es ist der Grill dabei. Ein neuer Campingtisch mit eingesteckten Sonnenschirben, genauso wie er auch zum Beispiel beim Wohnwagen vom Gewichtsheber im Circus Romani verwendet wird. Wir haben wieder das Krankenhausgeschirr mit Weißer Vase, das Radio und wir haben einen Picknickkorb mit einem Baby. Es sind insgesamt vier Figuren dabei. Die Frau hat einen roten Sommerhut. Der Mann hat eine andere Schildkappe in roter Farbe und ein rotes Mädchen und das Baby. Jetzt vergleichen wir den Bungalow von 87 mit dem Blockhaus von 93. Ein besonders schönes Blockhaus aus der Wildnis-Serie, die Fischerhütte. Dieses Blockhaus ist deshalb interessant, weil es nicht mehr im Stecksystem gemacht ist, sondern es ist so zusammengesteckt, wie es auch heute die Gebäude sind. Wir haben zwei Felsenelemente, die bereits 95 die Stecker vom System X haben. Das sind Rockies Felsenelemente. Die Hütte ist auf Pfählen gebaut. Die Pfähle kann man unten hineinstecken und man kann die Pfähle dann auch mit Felsenelementen ersetzen. Wir sehen vorne Tür und Fenster. Auf der Hinterseite haben wir eine durchbrochene Wand. Wir sehen, dass die Figuren im Stockbett schlafen müssen. Auf einer Seite ein angesteckter Stiegenaufgang, wo die Wildgänse hinaufgehen. Wir haben einen Tisch, Bank, Hocker und wir haben einen großen Grill mit einer Pfanne. Die Frau ist schon dabei, die Fische zuzubereiten, die der Mann gefischt hat. Beim Fischen gibt es ein nettes Angelspiel. Der Köder ist nämlich magnetisch und mit etwas Geschick kann man den Fisch selbst fangen. Es ist auch ein Kanu dabei mit zwei Rudern. Jetzt noch ein kurzer Ausblick zu den Fahrzeugen. Ich habe hier vier Autos von den 90er Jahren. Es sind alles Autos, die bereits in den 80er Jahren entstanden sind. Das blaue Familienauto ist in roter Farbe bereits im Jahr 86 herausgekommen. Es hat einen sehr geräumigen Innenraum, einen echten Ganghebel, vier große Sitze, einen geräumigen Kofferraum und einen Kindersitz. Die Motorhaube kann man aufklappen und man kann den Motor reparieren. Am Dach haben wir einen Fahrradhalter aufgebaut, wo wir drei Fahrräder transportieren können. Hier sehen wir jetzt die neuen Fahrräder von 1992. Die gibt es als Erwachsenenfahrräder mit Kürbchen, mit Kindersitz und es gibt sie auch als Kinder BMX-Räder. Ein Kleinwagen ist auch herausgekommen, bereits 88 in grüner Farbe und 92 im Wintersportthema in schwarzer Farbe. Schauen wir uns hier den Sportwagen an, den Sportwagen von 1992, der bereits 87 in Weiß herausgekommen ist, mit den zwei Tennisspielern, mit der Tennistasche, mit den Tennisschlägern. Der Sportwagen hat an der Unterseite einen Schalter und mit diesem Schalter kann man die Scheinwerfer einschalten. Das waren alles drei schon Autos, die in den 80er Jahren herausgekommen sind. Hier sehen wir ein neues Auto, einen Geländewagen, der im Jahr 93 herausgekommen ist. Wir haben hier immer noch Metallachsen, die aber mit einem Halter versehen sind. Sie sind mit Sprengringen befestigt. Wir haben vorhin eine Seilbinde. In der Kabine Vater und Sohn, auf den Ausflug in die Wildnis. Hinten kann man den Aufbau abnehmen. Er ist an den Haltegriffen befestigt. Wir sehen, der Vater ist auf der Jagd. Er hat ein Jagdgewehr mit. Und anstatt dem Aufbau kann man auch einen Überrollbügel anbauen mit Scheinwerfern. Ein sehr schönes Fahrzeug, das auch als Bannenfahrzeug herausgekommen ist. Es ist eine umfangreiche Campingausstattung dabei. Immer noch mit dem Grill, aber in grauer Farbe. Und auch das Grillzubehör ist nicht mehr schwarz, sondern Anthrazitfarben. Wir haben zwei Expeditionskisten, aber in hellgrau und nicht dunkelgrau. Es ist das Besteck dabei und zwei Kaffeetassen mit Untertassen, eine Jausebox und eine Getränkeflasche. Wir sehen hier die Verpackung. Es ist 1993, eine der letzten Verpackungen gewesen, wo noch auf der Hinterseite diese wunderbaren Dioramen aufgedruckt sind. Zum Schluss noch das Dreik. Auch eine Möglichkeit, wie man die Fischerhütte erreichen kann. Das ist wirkliche Freiheit. Das Dreik aus dem Jahr 95 mit den zwei Figuren, mit dem Rocker und seiner Rocker-Braut, mit der schönen Lenkstange, mit den zwei Scheinwerfern, die auch beim Shopper-Motorrad dabei waren. Hinten eben der große, leistungsfähige Motor und das Nummernschild Florida-Sandreik. Mit diesem Ruf der Freiheit möchte ich mich von euch für heute verabschieden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und werde in der nächsten Woche eines der Themen Polizei, Rettung oder Feuerwehr vorbereiten. Vielen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.